Pass auf, Sly. Diese Platten sind vermint. Du verschwindest besser von da. Warte, das ist Carmelita. Sie ist gefangen. Geschieht dem Weib recht. Sie war von Anfang an hinter uns her. Das ist nur ein Missverständnis. Wir müssen sie befreien. Bist du verrückt, Sly? Clockwerk hat sie da eingesperrt, um dich anzulocken. Aber wenn ich nichts tue, ist Carmelita verloren. Außerdem würde das Stehlen ohne sie gar keinen Spaß machen. Sly, deine lächerliche Waschbärenlogik verursacht bei mir eine Gänsehaut. Aber wenn du unbedingt willst, das Fassdort wird dir sicher gute Bieste leiten. Aber ich habe keine Ahnung, wie du da hochkommst. Kumpel, ein Turmsprung hier, ein Railslight da. Das habe ich schon tausendmal gemacht. Tausendmal auch nicht, Sly. Du brauchst nicht immer anzugeben. Okay. Auch wenn sie unsere Feindin ist, wir müssen Carmelita retten. Hört sich zwar seltsam an, aber er hat recht. Los, los, los. Haha. Was ist das denn? Es ist wie bei Wale, mit diesen Fässern. Und diesen Pfeilen. Ja. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Ja. Super. So, kaputt, kaputt. Nein. Verdammt. Falle. Nein, Cooper. Ich wusste, dass du hinter all dem stecken würdest. Falsch geraten, Miss Fox. Ich bin hier, um dich zu retten. Oh, oh. Du sentimentaler Narr. Mitleid war immer schon der Untergang des Cooper Kloops. Oh, oh. Ich wusste, dass das eine Falle war. Ich sollte mich mit dem Hacken beeilen. um das Gas abzuschalten, bevor Slice-Hirn zu Käse geworden ist. Bentley kommt durch. Oh! Jetzt müssen wir auch noch den Computer hacken, wie geil. Oh, oh! Wurteile von Klappe, der Sieg! Okay. Verdammt. Blöder Clockwerk hat uns vorhin die Falle geschickt. Aber ich hätte wirklich auch nicht anders reagiert, muss ich ja jetzt ganz ehrlich zugeben. Wenn jemand in Gefahr ist, dann muss man demjenigen auch helfen. Auch wenn man jetzt schon jahrelang verfeindet ist, stell dir mal vor, du hilfst nicht und dann stirbt die Person. Das ist ja... Also, ich könnte mir da selber nicht verzeihen. Ich würde mir das wahrscheinlich jahrelang vor... Vorwürfe lang... Äh, Vorwürfe machen. Oh Gott. Oh Gott. Mist. Ah. Ich hab Leben. Gut. Äh. Lass mich in Ruhe. Ich hacke hier. Ist aber cool gemacht. Computer hacken. Komm schon. Jawoll. Ich bin der Beste. Wir sind keine Kauke. Komm, ich bin dran. Haben wir jetzt Sly gerettet? Puh. Sly, ich hab mich in dir getäuscht. Hol mich aus diesem Kraftfeld, in dem du den Sockel zerstörst. Ich werd mich revanchieren. Das hoffe ich für dich. Okay. Hinter Kamelita her. Vorläufige Waffenruhe. Ich versteh dich nicht, Kuta. Seit Jahren will ich dich hinter Gitter bringen. Aber wenn du selbst die Chance hast, dich einzusperren, befreist du mich. Wieso? Kamelita. Du stehst zwar auf der anderen Seite des Gesetzes, bist aber nicht meine Feindin. Diese Roboteule, die den Todesstrahler gebaut hat und uns beinahe umgebracht hätte, steht eher auf meiner Liste. Verstehe. Okay. Ich schlage vor, dass Clockwerk und seine miesen Machenschaften aufgehalten sind, arbeiten wir zusammen. Endlich vereint. Hey, mein Stock. Blöde Eule. Hä, was? Ich brauche den Stock. Er ist seit Generationen im Besitz meiner Familie. Keine Sorge, Ringelschwänzchen. Ich geb dir Deckung, wenn du ihn zurückholst. Geh hoch auf den Todesstrahler, wenn du kannst. Dort liegt mein Jetpack, seit Clockwerk mich erwischt hat. Jetzt, da wir ein Team sind, will ich gar nicht von dir weg. Moment mal. Die Waffenruhe ist nur vorübergehend. Sobald wir Clockwerk haben, bist du dran. Echt? Naja. Vielleicht geb ich dir 10 Sekunden Vorsprung. Ach, Mensch. Das wird hoffentlich doch mal was. Man merkt, Slice total in die verknallt. Verdammt. Die Dinger halten was aus. Das ist nicht witzig. So, da ist einer. Und da kommt auch einer. Und dann kommt da einer. So. Uah. Lass, Slice in Ruhe. Der ist total hilflos ohne seinen Stock, ne? Alter. Achso. Kann ich ja nicht wissen. Uah. Kommt da nochmal eins. Nein. So, schnell, 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 schnell. Schnell. Da kommt eins. Nein. Lass, Slice in Ruhe. Da kommt eins. Das wüsste ich. Komm noch. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Hast du den Stock? Jawohl. Gute Arbeit. War schwer. Dankeschön, Miss Fox. Sinkende Gefahr. Da ist Carmelitas Jetpack. Genau dort, wo sie gesagt hat, das magnatronische Kraftfeld für den Todesstrahler wurde zerstört, als du deinen Stock retten wolltest. Beeil dich lieber. Das ganze Ding fällt aufeinander. Schon dabei. Oh oh. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Das macht er gerade von selbst. Oh oh. Oh oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Warum ich? Oh, danke. Ah. Natürlich funktioniert hier noch alles. Verdammt. Weg. Geh weg. Ja. Nein. Oh. Okay. Tschüss, Leihaba. Nett, dich gekannt zu haben. Verdammt. Wenn es so auf Zeit geht, also oder wenn ich irgendwo fliehen muss, dann ist es mir egal, ob ich hier fast... Ob das Risiko ist, aber ich muss hier stehen bleiben, weil sonst bin ich so oder so tot. Aber ich bin dann so immer in Hektik und dann... ...denke ich immer, komm, das schaffe ich, weil bevor ich dann sterbe, wegen dem Senken oder so... Okay. Hey, da unten ist mein Schatten in der Lava. Oh oh. Hoch. 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 Los, los, los. Jetzt brutzel. So. Lass mich vorbei. Dahin. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Sly, was machst du? Beeil dich. Hm. Hilfe. Dahin. Oh Gott. Ja, aber sieh's mal so. Wir haben wenigstens den Todesstrahler zerstört. Los, 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 los. Oh Mann. Oh Mann. Oh Gott. Oh. Hilfe. Nein. Oh. Alter. Alter, wie knapp. Scheiße. Wohin. Wohin. Das Jetpack. Puh. Ein seltsames Bündnis. Yes. Oh.